Hallo meine Freunde. Jetzt können wir sagen, dass Lucy nur dank eines Wunders lebt. Vor drei Monaten wurde der Hund in schrecklichem Zustand in Indonesien gefunden. Ihre Nase war mit einem Faden zusammengebunden und sie konnte nicht essen. Es war ein erschreckendes Zeichen, dass sie wegen Fleischverarbeitung erwischt worden war. Doch Lukis Schicksal änderte sich dank der Freundlichkeit und Entschlossenheit der Menschen, die beschlossen, sie zu retten. Lucy wurde gerettet und in eine Tierklinik gebracht, wo sie die notwendige Behandlung erhielt. Doch ihr Weg zur Genesung war schwierig. Ihr Immunsystem war geschwächt und sie war extrem erschöpft. Aber Lucy gab nicht auf. Sie kämpfte weiter und bewies ihre Stärke und ihren Lebenswillen. Trotz aller Schwierigkeiten erhielt Lucy von ihren Mitmenschen enorm viel Fürsorge und Liebe. Die freiwilligen Familien nahm sie unter ihre Fittiche und wurde für sie zur Stütze und zum Trost. Alle paar Stunden bekam Lucy mit einer Spritze nahrhafte Suppe, weil sie nicht selbst essen wollte. Das war ihre Rettung, ihre Chance zu lieben. Doch Lukis Genesung beschränkte sich nicht nur auf den körperlichen Aspekt. Ihr psychischer Zustand erforderte besondere Aufmerksamkeit. Von Beginn der Rettung an vermied Lucy den Kontakt mit Menschen, sie vertraute ihnen nicht mehr. Doch die Freiwilligen gaben nicht auf. Sie haben dafür gesorgt, dass Lucy sich sicher fühlt und die Menschen wieder liebt. Nach und nach zeigte der Hund seine verspielte und neugierige Welpenseite. Manchmal ließ sie sich sogar von anderen umarmen und schlief in ihren Armen ein. Angesichts ihrer traumatischen Vergangenheit war das ein großer Fortschritt für Lucy. Während wir Zeuge dieser erstaunlichen Transformation werden, wird uns klar, dass ein wenig Geduld und viel Liebe das Unmögliche möglich machen können. Lucy ist zu einem Symbol der Hoffnung für alle Tiere geworden, die Hilfe und Fürsorge brauchen. Sie zeigte, dass man auch in den aussichtslosesten Situationen Kraft finden und ein neues Leben beginnen kann. Wir hoffen, dass Lucy ein wunderbares Zuhause findet, in dem sie die Fürsorge und Liebe erhält, die sie verdient. Freunde, unterstützt den Kanal durch Liken und Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Folgen.